Und, achso, kann loslegen. Die Überrundung des Audis, der da ein bisschen quer kommt und die dann trifft, das ist noch nicht so angenehm, aber noch nicht so schlimm, jetzt aber auch der harte Einschlag, kommt der WOD Multigaming-GV McLaren da an und kann nicht mehr ausweichen, weil er auch schon voll auf der Bremse und Adam Krakoszewski wird da vorne an der Achse getroffen, muss die jetzt anschließend hier komplett zur Box zurück humpeln und das Ganze reparieren lassen.